hier für euch drei keine aktion mehr verfügbar hätte ich lieber eine mücke nur dass ich auch eine aktion auswählen kann fuck me ey na komm kriegen wir wenigstens nicht ganz so viel damage die keys sind nicht das große problem gewesen aua 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 okay ach ja auch ey was ist hier für ein sprengfestival schnell schnelle klaue ok moment 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 so die muss hier raus i need a medic here dr strange raus und die sich auch gegenseitig ersprennen ich hoffe das ist einer der stärkeren Arme wir kamen hier für einen Kampf äh ja aua boom so wenn ich den jetzt schnell klaue hau ja überlebe es natürlich ja überlebe es natürlich hm blut magie mein freund so scheiße ich dachte passiert mehr er geht auch strange, strange ist tot perfekt danke danke dafür jetzt auch selvedet super ich hab scheiße gebraucht ich hätte mich lieber angegriffen ja aber das wird ein bisschen aufgeweckt ja na klar betäubung entfernt dadurch ich strange tot ich kann nur assume das tut du kannst das alle Zeit du kannst das alle Zeit das er nur angegriffen darf ist doch frech du kannst mich erinnern der wichser dahin sprengt sich er wird da pfff er kommt dafür frei okay macht überhaupt keinen Sinn aber wenn ich k.o. gehe dadurch und dann getroffen werde passiert gar nichts kommt der nicht auf die Beine scheiße war das eine schneller Aktion hätte ich lieber auf nico gemacht oder ich weiß was war du musst du wirst 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 du in wirst du du bl wirst dann du wirst du Will das Hexenfeuer nicht auf einen von den Pläbster verwenden? Ah, der macht das Safecall auf irgendwen, auf den es keinen Sinn macht. Auf ihn oder ihn. Ja, sag ich ja. So ja, auf irgendwen, den es keinen Sinn macht. Die beiden. Und auf den, den es keinen Sinn macht, hat sie es nicht geschossen. Nico ist ja tot. Ich hoffe, du möchtest. Das ist überdicht. Noit. Ich werde was, was es dauert. Sie sind endlich zu kommen. Getsu me Do I need that kind of fake at the halls here? Wischen doch wieder, what? mann ja wieso muss er denn da drin stehen dann kann ich schon der anderen seite das einzige was er machen kann ist sich einfach weiter da vorne zu ich hasse diesen wechsel alter mobius ich hasse ihn der nie glück bringt er mir zwei konter wen galt er an nico blutdurst Echsenfeuer fängt mit Charme Todesschwarm hier oh meine fleischwunde ok wie die geflogen ist er da so belutungsschaden verwundet ich stelle mich lieber erstmal hier hin man weiß ja nie ne so ich erwarte wirklich mehr von dir das ist ein Schiff, das Hydra nicht bekommen wird alter das hat aber gut damage gekostet ey einen Stern hab ich dafür bekommen ja klar und den Infospeicher wenigstens Street of Chaos Minus 20 weil Helden 2 mal K.O. gegangen sind K.O. gegangen sind ja moin Digga da kam ja auch ein Boss um die Ecke da kann man auch mal ne plus 40 geben weil wir den Boss belegt haben naja egal geschafft ist geschafft nicht wahr so ein Teil was wir jetzt tun können ist penning hin noch äh heute hatte ich nur einen Tag Niko und sollen auch Schnauze bekommen aber bei mir war das gut angespornt Kampfbundes gewöhnlich alle Heldenkarten auf der Starterne kosten 0 Heldenmut alle Heldenkarten kosten 0 Heldenmut also alle Startkarten wie geil ist das denn zwei Forschungen abgeschlossen neuer Infospeicher zum Erschlüsseln Schicko Robby Rays auf eine Mission I thank you for bringing me back with you right I know we're here because people are in danger but I have to admit I'm a little excited fine speak yes 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 my friend yes oh widerliche Süßigkeiten aus aller Welt äh hier Snackbox wo Captain Marville Captain Mayville Tony was was Iron Man bemerkt dass du dich näher hast hey boss frage an dich ich habe in der Schmiede herumgebastelt und hatte ein paar Ideen die hilfreich sein könnten welche davon gefällt dir Hunter äh das gefällt mir Bankkampfgegenstand einfach brillant Tony vielleicht kannst du das noch weiter verbessern minus 12 credits oh hey god minus 12 ist doch nix wähle ein Heldenziel zwei seiner Karten kostenlos ne war jetzt nicht so das beste das ist jetzt keine große Überraschung aber was Technik angeht fand ich schon immer fand ich mehr schon immer besser so Wissenschaftsmäste Schmiedebauplan stelle an einen stelle an der Gegenstandswerkbank Kampfgegenstände von seltener Qualität her er packt mit dem Teufel stelle eine epische Ghost Rider Fähigkeit her wenn Blicke töten könnten Mr. Lasputin erteilte einige bemerkenswerte Flüche mit uns die sie angeblich von ihrer Babushka gelernt hat wenn du markiert auf Gegner an deren Helden den wir sie haben ah komm er erforscht das ja mit der Gamma Helix Analyse ne ah nehmen wir die beiden für Nico Nico hat eigentlich guten Damage ne also das muss man ihr lassen die macht wirklich guten Damage aber ihre anderen Karten sind so ass manchmal die Blutmagie die würde ich eigentlich gerne rausnehmen wegbearbeiten Blutmagie raus ändere die Kosten aller Heldenkarten auf einer Hand bis zum Ende des Zuges auf null also kann dann tue ich lieber Verfluchen nochmal mit rein und Mr. Lasputina Limbusgriff äh natürlich Limbusgriff rein das Treten den raus und den rein der macht 66 Schaden einfach Baywatch wenn das nur rot wäre Pamela Anders ist auch dabei war doch Pamela Anders oder bei Baywatch glaub schon jetzt kommt mir nicht mit den neuen Baywatch jemand als alter Baywatch mit David Hasselhoff noch nicht den neuen mit Dwayne The Rock Johnson äh Taktika raus Deckung neben rein Ok Alter der Bugklub sieht aus als wären wir einfach ne äh ne eigene Privatdarmee Ok Verlade der Landgriff äh lass die Bluten raus und Barbarisch rein Ok Storm Lichtbogen Überlastung raus so Angriff ist das Ist jetzt schmetternder Schlag gar nicht so schlecht Mach Wirbel raus und tu dafür den Lichtbogen rein Eigentlich brauchen wir einer die oder einen der full äh Dingsherum was da geht Full Solo Ahtang Vielleicht sollte ich mir dann vielmehr jemanden rauspicken Du bist die beste Mädchen Du kennst das richtig Ich hab immer gehört dass ich zu viel Energie habe Das ist ein Kompliment Es bergibt auf wer es sagt Ich habe zu hören dass ich zu körperlich bin Ich muss meine Bezüge Das scheint counterintuitiv in der Bezüge Ich denke das ist ein dummes Argument es zählt wie die Macht einsetzen wie wir die Macht einsetzen Wahrer macht kümmert sich nicht um Macht Erzähl wie wir die einsetzen Das ist Herr Taker und Agatha haben mich in dieser Weise geschaffen. Wenn sie einen guten Job gemacht haben, dann könnten wir alle diese Apokalypse einfach stoppen. Und ich bete, dass sie das gemacht haben. Gut. Ich habe mir gedacht, dass etwas zu tun ist. Endlich mal wieder ein Infospeicher hier. Hat ja ewig gedauert, bis wir davon wieder einmal gekommen haben. Hier ist die Nachricht von Hydroworld. 40 neue Informationen. Heldenmission. Pick einen schlechten Mann. Egalen schlechten Mann. Gemordete Fähigkeit. New Orleans. Muss Nico machen. Okay. Head-Level. You fucking shitting me, right? If I had... See you soon. Kann ich eine Wallroom-Verbesserung holen? Auch nicht. Keine gar nichts. I'm here if you need me. Neufähigkeiten am Hof. Vielleicht kann ich den... Oh, bitte gib mir Sparring, wo ich den auflevel. Ohhhh... Ohhhh... Hehehehe. Like playing with fire, huh? Hm, hm. My lucky day, huh? Let's do it. Komm her, Captain Marvel. Gut. Schnelle Reaktion. Er hatte zum Missionsbeginn vier schnell. Crazy. That's crazy, though. Kampftherapie. Nico. Alright, if I must. Kann sich... entspannen. So, pass auf. Alright then. Im Limbo trainieren. Vielleicht können wir ihn auf Stufe 13 hochballern. Außer mit und einmal hier so ein... Was hab ich denn hier? Was ist hier? Vier Karten. Er hatte ein Manöver. Äh... Heilung. Heldenmut. Vier Karten. Ah, komm. Alles nicht so gut. Ohhhh... Hoffentlich kommt er auf Stufe 13. Hoffentlich... kann der so durchrasieren. Wie denkt der Bomster? So... Wir sind die Ere Karten der Beste. Karten der Beste. So... Soooo Nie ma den man a negatint der Mutter Hohohoho Max CP um 35 erhöht Seon erstattet, sehr geil So, der wird zum Schlund Bloß eine Verkettung Seon erstattet Zurückwerfen Auch hier eine andere Oh, Seelen entstehen wieder Können ihn halt da rein donnern Der hat meine einzige Chance auf den Ah, nein Dahingehend Den brauch ich noch, damit ich einen schnell killen kann Max CP um 40 erhöht Das ist verrückt Puts 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 Komm her, du Aktion schön erstattet Ja, eigentlich würde ich hier Wenn ist der auch tot Sehr geil Ein bisschen Overkill Aber das macht nichts Die Hölle hat dich erwählt Ja Schau mal hier Aua Hat das weh getan, hässliches Monster Dann tut das auch weh Hm Wir sind nicht nah genug aneinander dran Mach mal so Vielleicht sind die dann nah genug an Für ein Urteil So, über euch wird geurteilt Alter, das hat mich ja genau so viel Damage gemacht Alter Gib mir deine Seele Okay, sehr gut Ha, 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 ha Äh Kann er mich aber nicht angreifen, ne Weil ich ein Höhenstund bin So So Urteil Jesus Jesus Maria Rache Da hin Na, tat das weh Wenn ich jetzt hier Urteil mache Sicher Kette Mein großer Du mal hier hin Wie viele Aktionen habe ich noch? Zwei, eine Zwei Rache Dann ist er tot, ne Egal, mach nicht Seele entziehen Fuck, jetzt ist das Oh, jetzt hat er die Karte da weggenommen Oh, fuck me, alter Mach damit, mach mal so Jetzt habe ich noch ein Leben So, und er startet Sicher Kette Auch den hier Komm her Mh Oh Tat das weh Wir haben mal kurzes Kuchen Sorry Ich finde die Viecher cool Kamera Kamera So Das sieht doch sick aus, oder? Muss ich mich mal haben hier Mal einmal so testen Mh Mh Kostet halt auch mich alles leben, ne? Gewähr zwei Seelen Gewähr zwei Seelen Hallo Hallo Hörte Maus raus Tappen, du blöde Maus Eine Aktion habe ich noch Eine Aktion habe ich nur Damit kriege ich ihn nicht Damit auch nicht Ab in die Hölle Ab in die Hölle